hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute war beim training dran squats 153 kilo für zwei wiederholungen die vierte woche aus dem cycle nächste woche werden dann wieder die gewichte erhöht und ja die 153 kilo ging richtig sauer richtig geschmeidig gut man muss sagen es sind jetzt auch nur 87,5 prozent aber trotzdem ja das ist super also denke ich mal so einfach wie es gehen soll oder vielleicht noch ein bisschen einfacher ich kann denke ich mal nächsten zeit auf 180 erhöhen und das dann durchziehen meine technik wird auch immer besser dass ich fühle mich immer sicherer auch sozusagen ganz unten vorher meine knie noch ein bisschen gewackelt und ja was soll ich sagen also bald kann ich vielleicht die 180 kilo einmal beugen das werde ich dann sicherlich mal probieren wenn ich das gefühl hatte ich das kann und das wäre mich dann schon richtig krass also 24 auf jeder seite das ist dann schon eine marke sei ich jetzt mal und dann kann ich auch endlich sagen robin so schlecht ist ein sport gar nicht mehr 180 kilo das ist schon was weil vorher waren halt scots immer meine schwächste übungen vergleichsweise und waren nicht wirklich extrem impressive aber das wird langsam und ja das wollte ich erstmal gesagt haben dann bis zum nächsten video